Musik 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 So, dann wollen wir mal gucken, wo wir weitermachen. Und ich würde sagen, wir machen am besten gleich hier mit dem Amuk weiter. Weil wir wollten ja... ...Leutchen sammeln. Müssen wir mal gucken, wo er ist. Der Sack, da unten ist er. Amuk. Anfällig für Hinrichtung. Kränklich. Gut. Du hast mir diese Schande eingebrockt. So langsam hast du wohl Spaß am foltern, Waldläufer. Stattlicherweise. So langsam. Vieratzen. Nur ein Treffer, oder? Ist abgelehnt. Kränklich. Ohrl. So mein Freund Sehr schön So, den können wir auch gleich mal befähigen Dann wissen wir Wodran wir hier sind Ähm Ja, das ist gar keine schlechte Idee Hier mal Auftrag bestätigen So, die paar Minzchen einsammeln noch So, jetzt gehen wir erstmal wieder schnell hier hoch Kurz, damit wir hier nicht irgendwie in den Hinterhalt geraten So, jetzt können wir gucken Äh Als nächstes würde ich sagen Schnappen wir uns hier den Amputierer Der ist da unten in der Höhle Da können wir dann auch gleich noch den ganzen Krampel sammeln Leichtes Ziel Anfällig für Schleichen Okay Den müssen wir jetzt erstmal ein bisschen ausweichen Und ich bin stolz darauf, so etwas zu entdecken Und ich bin eine Art Sammler Und erstmal den Rest hier platt machen So, dann gehen wir mal ganz kurz stiften Hier können wir noch ein paar Ein paar Ziele ausmachen Oh, der ist auch geil Arzt, Gang, Kriegskoloss Kommandant Okay, cool Den suchen wir uns dann auch mal raus So, jetzt müssten wir ja wieder Leben haben So, jetzt ist das so was macht er denn hier wieder wo ist er denn jetzt da stand doch eben noch einer weise so der will aus seiner höhle nicht rauskommen so sehe ich das müssen wir wohl noch mal rein das problem ist jetzt habe ich keine pfeile mehr um mich ranzupirschen jetzt müssen wir mal gucken wie wir es machen ja 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 Nein! Oh! Oh! Alter! Oh! 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 Ich werde die Stiefscheibe zerspätern, nur zurück, dann machen wir das gleiche noch mal. Ich nehme jedes zu Recht für die Arme und die Lacht. Nein, nein. Ich kotze gleich, echt. Du hast mich zerstört, Grabwandler, aber auch etwas gelehrt, nämlich, dass selbst mein zerröteter Geist noch scharf und schneidig sein kann. Shit, jetzt hat er wieder einen Level-Sprung gemacht. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, ob ich ihn noch kriege. Was hat er denn jetzt? Ein Level, okay. Ja, da geht er direkt noch mal hoch. Äh, ja. Gut. Guck, der Rabe. Was hat denn der für ein Level hier? 23. Mal gucken, wo der sich auf der Karte befindet. Der müsste irgendwo ganz am Osten sein. Dann kümmern wir uns erstmal um den vielleicht. Ach, guck mal. Ja, wie passend. Richten wir überhaupt etwas aus? Nicht hier, aber da draußen. Wir werden morgen unterbauen. Äh, warte mal. Bin ich denn und wo muss ich denn? Ja, komm, den holen wir uns. So. Jetzt müssen wir mal ein ganzes Stück näher. Ja. Dann gucken wir mal. Der dunkle Herrscher hilft uns, das Land von Menschenpack zu säubern. Hört erst auf zu töten, wenn keiner mehr übrig ist. Hört erst auf。 Geh! Du glaubst, jetzt anzugreifen verschafft dir einen Vorteil. Deine Anwesenheit ist unbedeutend. Ich vernichte dich. Na, guck mal, wie es aussieht. Siehst du nicht, dass ich mit deinem Hauptzug beschäftigt bin? Ja, sehe ich. Ich komme hier. Durchbohre deine Überheblichkeit! Durchbohre deine Überheblichkeit! Durchbohre deine Überheblichkeit! So, Nummer 1. Rekrutieren. Ich diene als dein Auserwählter! So, du machst aber mal einen Rückzug, weil ich kralle mir jetzt noch den anderen. Dass du mir nicht in die Quere kommst. Schließen. Okay. 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 Ich habe den Wiedring gesehen. Nena, komm her. 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 Wieso? Nena, komm her. Das war das. Das war das.